Die nächste Übung zeigt eine Übung zum Training der schrägen Bauchmuskeln. Wir haben hier im Freibad eine wunderbare Bank entdeckt, denn der Boden ist noch ziemlich kalt, um sich darauf abzulegen. Wenn ihr die Übungen zu Hause macht, legt euch einfach auf den Boden. Die Beine wird der Simon jetzt anwinkeln, genau in einen rechten Winkel, Fußspitzen gerne zum Schienbein ziehen. Wenn ihr für eine bequeme Lage ein Kissen unter den Kopf nehmt, könnt ihr dadurch ein bisschen die Halswirbelsäule entlasten. Wichtig ist, der Rücken sollte auf der Unterlage liegen. Und jetzt ist es Simons Aufgabe, im diagonalen Versatz mit der rechten Hand das linke Knie zu berühren und mit der linken Hand das rechte Knie zu berühren und dann immer wieder das andere Bein zu strecken und den anderen Arm zu strecken. Weil das ein bisschen kurios aussieht, heißt die Übung der Käfer. Ihr stellt euch einfach einen Käfer vor, der auf dem Rücken liegend versucht, sich aus seiner Situation zu befreien. Wichtig ist nur, dass der Atem gleichmäßig fließt und nicht ruckartig, sondern in einer fließenden Bewegung gearbeitet wird. Der Erfolg sind schöne, straffe Rumpfmuskeln, die nachher auch im Alltag wunderbar geeignet sind, um die Wirbelsäule zu entlasten. Simon, vielen Dank!